Ja, ohne Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dich fragen soll. Sag du doch einfach mal, wie du dich fühlst vielleicht. Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Wir hätten niemals gedacht, dass wir uns um den fünften Platz spielen und uns qualifizieren für das olympische qualifying tournament. Ich habe nichts als Emotionen gerade. Ich habe gar keine Worte. Ich freue mich einfach wahnsinnig. War das so geplant, dieser Wurf für die Overtime, oder war das aus der Not geboren? Der war geplant. Also wir wussten, dass wir Sunny vorschicken und wenn Sunny frei ist, dann kriegt Sunny den und wenn nicht, dann hatte ich den. Und der war ja auch echt frei, muss ich sagen. Ich war auch überrascht. Deswegen war geplant. Ist es der größte Wurf, den du in deiner Karriere getroffen hast bisher? Auf jeden Fall. Danke dir.